hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von bang und boys chronicles zusammen mit let's chrony hallo wir gehen jetzt in die welt der wikinger also habe ich jetzt was gesehen und ich glaube dass das weiterhängt wir müssen rom besiegen obwohl eigentlich müssen wir um gar nicht besiegen wir können um vorbei die haben uns getötet und das gefällt mir nicht gehabt dass wir trotzdem wieder sterben ich glaube wir werden trotzdem sterben wenn wir es jetzt noch mal versuchen das sehe ich uns da brauchst du dich alle dorfbewohner aber bei gott da kann man jetzt nicht hätte könnte größer kann auch nicht jeden menschen weil ja das würde gerne muss ich mir gegen nach das setzt davon ach hier steht unser hallo warum kämpft hier nicht zivilisten töte sie ähm was ist doch ich wills gar nicht wissen na lol lol das sind noch leute oh gott wie komm ich da hoch da kommst du easy über die dächer wahrscheinlich nicht gut getroffen aber egal ja sehr gut ah wo sind das viele die dächer oder kiste wo komme ich da nicht durch oh gott weil da an der wand ist da kommen sie alle pow 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 wow oh gott okay okay chill tschüss mein gott wir müssen zu rom wir haben keine zeit für die ich bin auf dem weg ah und dann dann nehme ich jeden baum mit oh gott oh gott der ist geflogen haha okay 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 moine rom der hat Messer an seinem Schild egal wir müssen hier durch ähm oh oh ach doch da 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 äh laua oh gott erstmal runter springen okay wir haben eins mach drei äh zwei tschüss er schmeißt hier mit die Robben die Robben sind das geilste alter was bist du hier ne wikingerboss? welchen wikingerboss? äh vielleicht den vielleicht den da macht der hinten ganz so bedrohlich rumhipp ja erstmal befrei ich hier meine ganzen freunde eins oh gott oh gott oh gott wo komm ich denn hier hin? nicht drei käfige bin ich dumm das sind keine leute so ich habe nicht dass wir die besiegen können hat sich einsaugen weil die belle sind ob du die überhaupt zu besiegen muss hoffentlich keinen den wir schon besiegt da oben ist noch ein schloss du hast recht wenn du jetzt hinter links noch keine ahnung wie viel tausend folgen habe ich aber auch langsam heute raus jetzt haben wir aber jemanden befreit wir wollen schon in die nächste welt gehen da oben ist noch ein neuer shortcut was ist wohl da hinten oben ich glaube wir werden sie raus finden hi oh gott die haben schwerte auch danke für die buchstiger ist hier um ein paar ärsche zu versorgen ich bin gerade dann vorbei ja oh hier geht es auch wenn es auch was das ist von der anderen seite drin tschüss und noch was jetzt recht und recht geh weg das ist für so ein typen brennen ist gleich ist ein feuer das wissen wir ja ab zum wikingerboss wir verlassen diese welt heute noch zum wikingerboss mit zwei leben let's go ich glaube wir haben den schon viel besiegt kann das sein ach ne wir haben ja bloß die bosse besiegte wo wir den schiffen machen aber dann hätten wir zu den schiffen wieder als erstes gewusst ne der ist da am strand oh ich glaube den können wir da rufen okay ein herz ich komm ja hin oh oh hi oh gott das sind bomben oh gott damit habe ich nicht die der vierte generation der österreichischen grund und familie wir müssen das glaube unseres vaters schenten und sein geld holen ich glaube auch schon wieder rein alter die machen wir fertig wo ich ich das leben oh gott ist eine große bombe wo wir müssen das weg haben wir gehen uns voll wo ist er denn ach da er steckt schon wieder im boden der ein auf das ist noch mehr bomben ok rufen 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 an wir leben der hat er oben ist der hut von dem schwingen das ist das erste mal dass ein gegner von uns nicht heilen kann müssen wir das angreifen ich glaube müsste seine leben ziehen und dann angreifen denn läuft aber eine bombe und schweden nehmen wir haben umso besser ist bist du größer die fünfte folge wir haben zum ersten mal so verliebt oh gott wir sind so fest wir verlieren das mit der zeit erstmal euch weg machen wir wir haben noch ein leben von ihm wir haben noch ein leben von ihm das ist ein spannender endpass es ist fucking zuha geh weg geh weg ja er ist oben verringt da hinten liegt noch eins ja verringt irgendwie ist das weg neben neben das erste stückchen weg drei leber gezogen hä warte ich check's nicht ich check's nicht warum hat der hat der der fünf kreis oder vier fünf sechs insgesamt oh gott ok dann müssen wir immer vier oh gott wir einen punkt ziehen wir müssen immer fünf fünf ist jetzt schon wieder einen weg hey wo gehst du denn hin wo gehst du denn woher macht er denn jetzt schwimmen aus oder was hä hä hat er uns gefürzt ja oh oh was passiert er hat richtig viel verloren aber wer hat das meiste wieso bekommen oh hallo juggel wie steht die abtau ja toll jetzt hat er ich bin geschockt hallo oh wir trinken wir trinken what nein österreich ist ertrunken hä wie hätten was hätten wir denn da tun sollen weiß ich nicht ja toll jetzt hat er alle Leben wieder weil alle abgehauen sind die Bastarde ne ich glaube alle hat er nicht oh gott nein wir sind ab sind das fliegende Affen oder wie ja und plötzlich sind da oben mit mir was passiert kommt er und hier also ich würde ja wühlen aufpassen ich würde mich an dem gar nicht so aufhalten ne was können wir jetzt hier dagegen tun nichts nichts aber so auch wenn wir nichts machen können wie 그래요 geben leben 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 lehm ich wurde bereit okay let's go wir machen das ist unser karten wir müssen alle leben zerstören wir haben richtig viel leben für zerstört nein das eine noch kommt wenigstens ja und saugen ohne puppe der kollege sehr okay wir haben ja wir richtig einer weniger ich bin ich an den kleinen so aufhalten die fakten auch übelst ab sind wenigstens weniger ich will dann mal kurz durch ist da noch ein normaler irgendwo wo ich leben ziehen kann nein gerade nicht unser kaum ist da noch das wollen wir uns was soll schon schief gehen nein nein geh aufs weg geh aufs weg oh gott oh gott alter was hallo das brauche ich das brauche ich ganz schlecht bin gerade in folge oh gott ich hasse tor nenn nein 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 oh Gott seinen schabbau du gehst weg das kommt hier immer wieder hallo wir brauchen die nächste generation hallo müssen wir zurück zum geschehen neben von ihm wer ist weg das leben warum denn wo ist er denn ach da hinten ist ich dachte ich ihm leben ich so mag ich so mal kurz jemanden mit zwei leben müssen wir jetzt sind ich weiß nicht ob du jetzt gerade jemanden findest leute ist nie so gut nicht gut nein sie gibt kein leben eine trifft und sie überhalte typen du kannst doch leben oder nein okay wir gehen dann wieder zurück da schauen wir auch so okay ich glaube wir haben gerade alle angelockt ja die nehmen wir jetzt alle mit ein leben ziehen wir ihn hoch dass sie nicht aufhalten durch da nehmen wir da nehmen wir dammit nein los aber er hat es nicht aufgenommen wieder nächste generation muss es machen er hat es wieder aufgenommen gehen wir mal kurz hier durch wenn wir schon dabei sind die punkte die du eh wieder verlierst die punkte die du eh wieder verlierst hat er seh ja nein wir haben ihm Leben gezogen aber wir wurden getroffen wir wurden hart getroffen was ach dammit da ist einer gib leben oh mein Gott er gibt keine doch 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 eben aber zu wenig nimm es nur zwei gleich und das Leben okay das eine hast du es noch mitgenommen eins weniger die nächste ist winzig warum war das so klein natürlich da muss man er muss uns eigentlich einsaugen weil dann macht er dann verliert er mehr Leben aber wer ist kleiner geworden haben wir gerade ein Leben von seinem Leben bekommen ja eins zwei und das saugen wie du verpasst aber egal nimm doch das Level okay noch Leben wir saugen es jetzt ein was hier alles auf die abgeht oh Gott wie sind wir da durchgekommen wie wurdest du nicht getroffen wow oh dammit oh ich will da trinken alter er ist auf jeden Fall mehr aggressiv das Leben noch ja ja wir haben das Leben noch wie oft wir Game Over gehen wie viele Gräber da schon stehen müssen jetzt warum ist der reich der ist so winzig den packen wir zwei Mal noch der Thron der Thron voll gemacht oh hast du nein das ist in ihm reingeflogen das Leben ist in ihn reingeflogen wo ist es okay es ist weg eins noch eins noch ja komm komm wenigstens das Leben komm komm nein ja wir haben alle unsere Punkteverläufe wir haben zwei Lebensschaden gekriegt ja die können wir wiederholen das kleine Problem die ganze Gräber die können wir dann auch alle looten er ist jetzt nicht mehr stärker als Rom gräber unsere Vorfahren können für alle Schen waa nein der Typ von hinten haha nein ich wollte ihm gerade alle vier Leben auf einmal nehmen ich würde ins den reingehen das würde ich bloß na komm jetzt mal los damit sich ja nicht alle so verteil... der wird liegen Groll 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 Ola Österreich Geht weg oh Gott Oh Gott, wer steht vor? Boah! Drei Leben. Nee, er bekommt das eine ganze Zeit wieder. Ah, nee. Okay. Drei Leben. Zwei Leben. Alter. Das ist ja mal. Also, ich dachte jetzt so jung, zerstör die Schiffe, alles gut. Ich hätte, ich hätte doch nie mit zwei gelegen. Komm, jetzt machst du es. Hier einfach hin. Noch zwei Leben. Aber hier holst du irgendwie die ganzen Minions. Ja! Er ist tot. Wir haben den Torarmor. Walkans 1 sind alle besiegt. Wir kommen nicht zu die Mute, Alter, zu den tollen. Was gemacht? Oh, die Musik! Wir sind geschafft. Ja! Wir haben die Baby-Enders! Jetzt kommen wir raus. Ja! Perfekt! Oh mein Gott, jetzt sind wir Tor. Sieht mir gut aus. Oh Gott, ey geil! Jetzt können wir von... Lol. Jetzt können wir von... Ähm... Von dem Fernseher... Können wir jetzt den Hut holen, glaub ich. Wie, wie? Wie hab ich... Hab ich das gerade gemacht? Schlau-Potaku? Ne. Hey! Die ganzen Englisch-Freunde! Die Pros! Ja, spring mal auf den Fernseher rauf. Oh! Ja! Okay, dann will ich sagen, das war's mit der Folge. Oh, wir haben die Wikinger Web beendet. Ähm, ja. Ach, lasst ein Like und ein Aude, dass ihr euch gefallen habt. Äh, schau mal jetzt bei mir vorbei. Schau mal zum Twitch-Kanal vorbei. In der nächsten Folge gehen wir in eine neue Welt. Und... Kommt da noch was, oder? Nee. Tschüss! Ach, das sind alle Hüte, die man bekommen hätte können. Nein, wir haben das römische Zeug nicht, schade. Ja gut, aber bis zum nächsten Mal. Was ich weiß, warum nicht gechütet habe. Äh, ist wahrscheinlich. Tschüss! Ab FORG, man. Ich bin fast. Da, wo wir sind. Einfpper.